Ja, was? Ich weiß nicht, ich weiß, wo ich gerade drin steck. Chillig! Ich weiß nicht, wo ich gerade drin steck. Chillig. Chillig, chillig! Ja, chill doch! Wenn ihr von unserer Base geradeaus hoch fliegt... Da sind wir nicht, wir sind in der Nähe vom Vulkan. Okay, komm weiter gehen. Nee, nein, 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 ich meine von der Base geradeaus hoch zu Vulkan. Ja, ja, er hat einen Fatal Error bekommen, wurde vom Server gekickt und jetzt ist es immer... Ich bin hier die Nüsse. Spino, Spino, Spino Base Level, bitte heil. 15, fick dich! Digga, ein lila Drop ist einfach ein Bauplan für ein Metalldach. Töt den jetzt! ... ... ... ... ... Das ist bei 80, bei 80 unten ist die Lava-Insel, oder? Wie heißt der Typ nochmal, Digga? Hey, dann habe ich eine falsche Karte. Du Hurenher... Manche Leute, die Arschloch... Hier sind Bags, ich kann die Bags looten. Karn und Taurus... Die Loot-Bags. Wenn dein Körper gegessen wurde, bleibe ich nur... Digga, wo ist... Wo ist jetzt... Wo ist jetzt der Giga? Wo ist der Giga? Skorpius... Hallo, wo ist der Giga? Schmai. Da seid ihr zum Schneebium! Ah, da... Digga, du hast ganz andere Calls gegeben, what the fuck? Ja, 20,55, da war ich ja gerade noch. Ah, da ist Tyler Speed, ja! Sehen, ich kann ihn noch retten! Nein, das ist gut. Geil, genau der... Genau, in dem Moment wurde gegessen. Chillig. Chillig. Die kommen gerade. Ja, wir können... Was sind deine Chords? Am Slow Level. Und wo ist jetzt... Ei, wo ist jetzt der scheiß Giga? Das war aber auch die Annäherung da, wo du gesagt hast. Nicht! Du hast mich erinnert. Im Leben nicht. Wo bist du? Ich bin immer noch beim goldenen Drop. Ja, ich komme zum goldenen Drop. Ich suche gerade den Back von Tyler, aber hier ist kein Back von Tyler. Ich gehe mal weiter runter. 140er. Ja, okay, es war halt... Es war bei 20,50. Okay. Boah, hier ist ja ewig. Zwei Stunden. Ach so. Wir halten hier ewig die Todes-Betten-Säcke. Wo seid ihr? Einfach, was ich alles für scheiße dabei hatte, gell? Wo seid ihr? Halt, warte! Ähm, Anhang! Halt, warte! Einfach höch! Dein Pichel ist auf Wanderschaft, du Idiot. Ähm, hey, was habe ich gemacht? Lass ihn auf Wandern. Hey, aber er hat jemand getötet. Moin, Max, wollen willst du mal den Gigant? Ja, komm, jetzt. Ey, wo ist jetzt mein Pied? Wo ist mein Pied? Da unten! Der läuft da weiter zu mir. Ach so, nein. Der ist ein Wart auf sich. Okay. Ja, wo willst du hin, Mann? Ich muss mir folgen. Hier ist nochmal ein Sp... Hier ist direkt ein Spino nachgespawnd. Ich guck. Digga, 95, Amena! Warum sind die nie High-Leveling? Wo seid ihr? Hier sind viele Spinos. Spinos habe ich viele gesehen. Ich weiß, aber ich brauche ein High-Leveling. Ich töte den, Max, damit der ein neues bauen kann. Seid ihr das? Ja. Ja, hier oben, ja, ja. Ich warte kurz schon mal. Wir töten den, aber... Ich glaube nicht, dass der mich jetzt angreift. Ja, der greift dich sowas von an. Ja, der ist irgendwie in die Lava gerannt. Ja, der ist eh geworden jetzt. Chillig. Digga, was willst du von mir? Wir fliegen nur mal die anderen Spots ab. Oh, ich hab sterilisieren gedrückt. Scheiße. Max, wo bist du? Kommst du mal kurz mit mir? Ja. Wo seid ihr? Seid ihr an den lilanen Drop mit Kreis? Wo seid ihr? Digga, kann der mal bitte seine Fresse halten? Wo seid ihr? Der nervt. Wo seid ihr? Ah, da seid ihr. Ich hab jetzt keinen Bock zu warten. Bist du beim lilanen Drop oder wo? Achtung, du wirst gehunted vom Wolf. Ich? Nein. Da ist ein Skorpion. Da ist ein 145 weiblicher Wolf. Ah! Ey. Oh. Ich bin wohl... Achtung, 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 Achtung. Skorpion. Ja, dann töten den jetzt, ey. Der macht mich bewusstlos. Ja, ich bin bewusstlos. Wenn ich nach einem Schlag bewusstlos... Wenn ich nach einem Schlag bewusstlos schmal... Nicht töten! Nicht töten den, Mann! Ja, jetzt ist er tot! Ich hab ihn umgebracht. Du lagst da bewusstlos. Ich wollte dich retten, bevor der Herr von der Cola geht. Das ist Tyler. Nee. Ich hab nichts gemacht. Der war schon tot. Ich bin nicht bewusstlos. Hast du grad gecallt? Ich hab gesagt, ich gehe gleich bewusstlos. Ja, ey. Du hast grad gesagt, ich bin bewusstlos. Och, Digga. Ich hab gesagt, ich gehe gleich bewusstlos. Du hast gesagt, du bist bewusstlos. Sag, du bist bewusstlos. Wenn du auch nicht. Ich will los. Digga, Tyler stand neben mir. Da hätte er es so oder so mir sagen können. Nee, das stimmt gar nicht. Du bist nicht bewusstlos. Du bist ein Specht. Dann gibt es Fake-Calls. Ich... Ey, ich hab dich gar nicht gesehen. Uh! Schildbauplan, Digga. Gönn. Schildbauplan. Schmeiß noch rüber. Ich will sehen. Ich will sehen. Schmeiß noch rüber. Ja, hier. Liegt. Uh, Digga, das ist heftig. Ja, gehen wir jetzt den Gigatöten. Digga, das Schild ist echt heftig, Alter. Wie viel... Wie viel Haltbarkeit hat dein Schild? Sniped. Mein Schild hat... ...1250. Alter, dann ist das heftig. Das Schild hat 10.000. Gibt mal meinen Archie, wie der Farmtyp. Ach, Digga. Ich hab verpackt. Okay. Schade daneben, geballert. Näh, chillig, Max. Tsch, 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 tsch. Okay, gehen wir jetzt weiter. Oh, da ist was vom Himmel geflossen. Ja, komm. Halt, wartet. Alter, Alter, Freakpied. Der ist immer stark. Nein. Oh, ein Gegner. Digga, guck mal, wie hart er hat. Ja, weil da eine Plinte nicht so stark ist. Ah. Wir haben mehr Prozent Damage wie du. In den Schwanz rein, in den Schwanz rein. Die müssten wir auch mal die ganz starke machen. Digga. Bauer ist weg. Läuft da unten rum. Das sehen wir aber noch nicht. Da, der Kopf guckt. Wo ist der Kopf? Ich bin da halt eigentlich auch nicht runter. Digga, komm, es ist ein 25er-Giga. Was soll denn der Geiz? Raus! Wir gehen da runter. Runter! Ich log ihn, ich log ihn, ich log ihn. Nein, Tyler, tu nicht! Du bist... Digga, er macht saug viel Damage, Alter. Ich gehe, Tyler! Pete stirbt davon. Der Pete hat zu wenig Leben, Depp. Nein, Pete ist one. Ja, aber Tyler, wir brauchen ihn zum Schießen. Einer muss mit mir mitschießen. Ich habe das gar nicht geblickt. Soll ich wieder... Fuck! Ich bin tot. Ich habe aus den E gedrückt. Ich habe aus den E gedrückt, Leute. Tyler, wir müssen hier hochrennen. Der kommt hier hoch. Äh, ich habe aus den E gedrückt, ich kann irgendwer ein Bett placen. Nee, jetzt ist Lost. Jetzt wird ein Fight, ist unmöglich. Geil, ich habe aus Versehen. Ich kann irgendwo ein Bett machen, aber ich kann jetzt hier kein Bett placen. Digga, das war ja mein Lost, das ist doch Move. Nö, mir fehlt alles. Ja, wir können kein Bett placen. Es muss in der Basis-Spawn neun Fotos holen, komm. Geht nicht anders knacken, tut mir leid. Ja, wir können das Ganze einfach hinbekommen. Geht nicht anders, ich kann es jetzt hier verん advising dem Bett. äng hole, das ist schrecklich für all die Tiere. Neunfutdiung zuilla Britannisch. Munition, hä? Wie kann ich... Warum brauchst du Muni? Der Giga ist tot! Der ist tot! Hä, wie kann ich denn den scheiß Chemie Bench anschmeißen? Ich hab nur eine Kugel! Wie kann ich den scheiß Chemie Bench anschmeißen? Komm, wir schießen Warnes Vogel ab. Warum? Wir töten Warnes Vogel. Nein, das denn... Nein! Ich komm jetzt. Tyler, flieg hier Nähbord! Doch! Den hab ich mitgenommen, dein Archi. Nein, was ist los? Pfeif ihn wieder weg! Ich will den mitnehmen. Oder warte, bleib kurz stehen, der kommt zu dir und dann... Ich hab ihn angehalten. Nein, ja. Jetzt kannst du ihn anhalten, bitte. Hab ich schon. Ne, der folgt deinem Pietrado dann, Nigga. Hallo, guck mal, ich schlag hier mal in die... Digga jetzt, wer hat jetzt auf alle Pfeifen gedrückt? Digga, weicher Missgeburtensohn. Digga, wer war das? Ich fixe eine Mutter! Tyler, du Depp! Nein! Natürlich! Nein! Bamm, Alter! Voll ins Gesicht! Bamm! Voll ins Gesicht! Bamm! 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 Wieso... Wieso geht der nicht... Bamm! 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 Wollten wir nicht weiterfliegen? Ja, ich musste mich abreagieren. Hab jetzt hier alle Dodos umgebracht. Ja, ich muss hier auch ein bisschen. Hier ist noch ein Dodo. Da ist noch einer! Ey! Warum wartet ihr nicht? Wir sind auch noch zurück. Wir töten Dodos! Wir sind kreativ! Ich dachte, wir wären so Freunde! Warte! Ey, Jungs! In der dritten ARC-Folge haben wir ja angefangen, Dinos zu tame, ja? Wir sind ja direkt alle gestorben, nicht? Mhm. Und immer wenn der Dino gestorben ist, hab ich einen besonders geilen Sound eingefügt. Oh, nein. So wie so'n Gay-Porno-Sound oder so'n Scheiß. Okay, ich guck. Wenn der Level 15 ist, dann quitten wir jetzt. 85! Töten oder? Okay, doch. Fass die, wenn die heißen, oder? Töten! Hier sind, hier sind Racks! Das Level! Ähm. Flieg schon mal heim! 90! Was sind's? Nenn mir deine Kohlen! 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 Also links... 54... ...und unten 58! Menn dich da wohl, Level 150! Oh! Oh, ich muss zurück! Oh, ich muss zurück! Nicom Show! Töten oder? hör nehme! Nenn mir deine Kohlen! Da power der Tatian! Ich denke mal höf! Und da ist dann der Verk condens이 Wird danach?